So, mal ganz schnell eine Stream einstellen, dann fange ich dort direkt an. So, mal ganz schnell eine Stream. 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 So, mal ganz schnell. So, mal ganz schnell. So, mal ganz schnell. So. Achtung. Okay. Lord! Nee! Hör dem auf! Digga, was? Was? Loll! Loll! Ich glaub du wusste grad was gemacht hat, alter. Eigentlich wollte ich diesen schießen aber gut. Ach nee, alter, die ist auch gut. Eigentlich... Was soll ich jetzt liegen? Oh Mann! Oh, da ist noch Schuss drin. Oh, da... ... ... ... Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Kann ich schon mitzocken? Ja, kannst du machen. Einfach adden noch PSN, wer es sein müsste, dann muss man da oben stehen. Oh Mann. Oh Mann. Die ganzen schönen Sachen haben wir ja nicht alles gegeben lassen Ja, hab doch gesagt, kannst du mir zocken, wie gesagt, einfach auf PSNN Schreibst einfach rein Ausdruckzeichen PSN in den Chat und dann bekommst du halt direkt meinen PSN-Namen Da reingeschrieben Scheiße, habt keinen gesehen bis jetzt Vielleicht kommt ja vielleicht noch der ein oder andere von Zolti rausgelaufen Wir haben auch noch die anderen Sachen Aufschlagen Ja Die beiden Die beiden Wo landet der denn nach? Das ist die Scheiße. Gut, der hab ich nicht gesehen. Loll, du Miske, Alter. Loll, Alter, Alter, I ain't killed. Na? Na? Hallo? Hallo? Jo. Aber scheiß drauf. Wo ist mein? Haben alles? Big Mech. Big Mech. Big Mech, mein Name ist Nicola. Ich mach mit. Weil wir in der Zone sind nicht. Auf. Ja mach doch. Ach du Honk. Okay. Okay. Mhm. gönn dir erstmal medikit auf deinen nacken auf den kann nacken da kommt ein bisschen mit dem Flugzeug, Engel Klaus die sind gesandwiched 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 die sind 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 gesandwiched Das ist der beste Tanz ever. Yo, Floro97 was geht, bin neu, herzlich willkommen in meinem Channel. So, ihr kleinen Fratze. Wobei, Mechie, wie alt bist du? Nein, dann bin ich. Ok, dann ist auch ein kleiner Fratz. Jetzt in meiner Klasse. Hä? Jetzt in meiner Klasse. Aha, benimmst du Adrian auch schön in der Schule? Was, ja oder nein? Nicht? Schlägt der immer alle? Was mit dem Kevin? Der stinkt einfach nur. Wird davon nur aufgeschlagen oder so oder? Ach Kevin, der ist so klein. Der kann nix, der Kevin. Hey! Hey! ist so klein. Ah ha ha ha. Apropos! Junge, Adrien stinkt nach Maggi. Was ein Zufall, dass da eine kleine Fratz auch da ist. Abo ist da und kannst mich Flo nennen, alles klar Flo. Ja, Kevin, du kleiner Fratz, komm mal rein, ein Platz ist noch da. Holen gehen wir eigentlich. Player-Sand. Adrien stinkt nach Maggi. Alles klar. Maggi ist geil. Jungs, ein Spot ist noch frei. Schlagt euch da rum. Später. Alles klar. Ich bewege mich ins Kellerhaus. Rollst du? Ja, Mann. Ähm. Feind. Absolut. Aha. Direkt ein Raketenwerfer. Neutwerfer. Du Glücksfills, Alter. Warum Glücksfills? Ja, Adrien, Alter. Ich kill dich auch noch. Was ab? Ich kill dich wieder. Ich werde dich wieder killen. Hast du sowas von verdient? Aha. Jetzt hab ich die beste Waffe der Welt, du kriegst ja nicht. Welche? Sag ich nicht. Ach, Gegner, läuft! Ich tat das halt ihr, Alter. Immer noch da hinten. Ja, bei hinterher. Neu. So, ich würde schon mal zeigen. Nein, nein. Äh, mach den mal. ... Was das schon mal? Ach, mach den mal. Ich hatte das erste Mal. Ich hab das, ich hatte das dann. Ich hab das. Ich hab das auch gerade auch geholfen. Ja, ich hab das eine. Ich hab das so gut. Ich hab meine Scheine. Ich hab es mir dabei. Ich hab dasullisieren. Ich hab das so gut gemacht. Ich habe das so gut hinter euch. Ich weiß nicht, ich hab das so gut gemacht. Aha, jetzt kommt der Adrien, ach der Adrien und der Kevin also doch. Ja, dann komm Kevin, jung, der Kevin ist jung, der Buschmann, Frank Buschmann, der Kommentator, GG, OMG, 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 Just the bestest guy ever. Adrien, ich geb dir ein Scharfschutzengewehr, wenn du mit dir eure gibst. Welcher? Ja. Deine Grüne. Das gibst du mir dann für eine AR. Burst. Müsst du auch tauschen gegen den Big Shieldy? Ne. Ja, ok, machen wir. Komm mal. Sonst nur zwei Sachen. Ja, ich hab zwei blauen Tacticals. Tacticals? Also wir können beide eine haben. Oh, Quatsch. Frank Buschmann ist coming, alles klar. Wo bist du, Adrien? Du bist am Arsch der Welt. Kann wer Minis mitnehmen? Ja. Komm mal zu mir hier liegen zu sein. Minis liegen hier bei mir. Ne, kannst du was mitnehmen? Ne, kannst du was mitnehmen? Geht dann, wo liegen die? Äh, äh, das liegt in dem Haus da hinten, bei dem? Auf dem Dach liegt, ähm, links. Der ist da unten, direkt. Unten rechts. Äh, komm mal. Nicht tauschen. Äh, die Snipers da hinten. In dem Gebäude. Und da sind noch, äh, Minis. Minis. Hat der aber noch Raketen? Ja. Und kleine? Ja. Ich muss die Sniper. Ach, lol. Ich hab den doch bei mir. Looooool. He, ich hab den doch bei mir. Hehehehe. Hehehe. Stell dir vor. Wer hätte die Sniper kaputt gemacht, ist ja richtig Lust gewesen, Alter. Raketen? Rockets! Tone. Tone, Tone, Tone. Oh, fuck. Komm, du kleiner John Wick. Ich bin ein Neger. Ah, alles klar. Sah hier, das ist ein Sniper. Ja, ich weiß, Kevin. Das hab ich grad erst gemerkt. Okay, eigentlich wollte ich nur die Arten trollen. So, ich kann dir noch Sniper Munizioni geben. Mach mal. Ja. Gnach 1 mal ohne. Hier! Ha niewiel mal! Oh, ich habe jetzt aus Versehen die Pumpe liegen lassen. Oh, da kam ein Schafschütze und Schuse. Wow, Alter. Auf mich wurde gerade geschossen. Wo sind die? Ach, da. Hit. Oh, ich habe keine Raketen mehr. Ja, ich habe. Du hast noch Minis gehabt, ne? Du hast doch jetzt, oder? Minis habe ich ja, ich brauche noch Raketen. Kannst du dich schon mal droppen? Danke. Bin bei euch drin, alles klar, Kevin. Das interessiert keinen. Zwei! Digga! Das kann ich auch sagen, bei deinem Panzer, ne? Jetzt soll hast du auch noch zu fliegen, oder? Ich gebe dir zwölf Sniper Moon und du gibst mir nur zwei, Alter. Was ist denn das, ey? Ist ja die reinste Verarsche hier, Alter. Ja, ich gucke mal kurz, ob ich noch habe. Ich glaube, ich habe noch. Das ist ein Scheißdreck, hast du, Alter. Hey, Gegner. Wo? Rechts unten. Von 215. Ah, da, ja. Ein bisschen ehrlich, kommt sogar zu uns. Einer kommt zumindest zu uns. Die trennen sich. Das ist perfekt. Das ist dein Tod. Einer ist nach dem Haus drin. Ich glaube, einer ist nach dem Haus drin. Ja, rate mal, wenn du gerade mal ein Blatt geschossen hast. Oder? Toll. Boah, da hinten. Alter, da hinten. Was machen die da? Seht ihr das? Das ist er. Hä? Ey, komm mit, so hier. Ja. Oder sollen wir auf dich warten? Hey, hat man dich gerade zwei geholt? Das ist er doch. Null. Das ist die Leute. Ich komm schnell. Ich. Pass auf, das nicht, wenn ihr hinten geholt wisst. Ich muss mal schnell ziehen. Ich eile. Der ist genau unter dir, Kevin. Äh, Adrian. Nice. So, ich brauch eigentlich nur Raketen. No Raketen. Ah, wir kommen. Ja, wir kommen. Blast Races. Wim. 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 hast du beide ich komme schon ach man genau wie die zone scheiße brauchst du neue minis ich hab dir gedroppt ich hab noch medipack dann gib sie ihm kommen wir hier in das haus mit rein ich gebe ihnen so den kürkiskor ich geh hinten rum ist er da hinten? das sind die letzten zwei direkt hier vorne da ist einer noch oh da liegen bei uns Blitz bitte wo ist der letzte? endlich killen david ne? ja da snapst du noch mich sehr gut wir sind irgendwie bis an der doppel rpg kommt oh scheiße ging daneben jetzt kann ich mal was probieren macht man das eher so 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 pfff keine Ahnung wo ist der hin alter? ja und ist er unten bei dir? ja und ist er unten bei dir? ah pass auf deine falle lol lol oh mein gott wo ist denn der? da bin ich habe schon gehört bevor ich wusste dass ich schieße lol der stirbt doch einfach lol der stirbt doch einfach ich schlage mal den kev man vor mhm 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 forum よし ok mhm mhm jo mhm Aaaaaha Hallo Alpha Verbindung Check Eista Steht Dreck Kannst nicht reden oder? Hatte keine Kopfwerber Leider Egal Ich zieh dir mal Kopfwerber an Max Max du Groovy Jam, Tänzer, NoSkill, Noob, keine Ahnung, wer immer du auch bist Du kannst doch keinen Namen lesen Okay, X-Z-2-E-Z-4-Mi-X Genau so X-Z-2-E-Z X-Z-2-E-Z-4-N LUL X-Z-2-E-Z-4-N X-Z-3-Z-4-N Macht euch mal ready Okay Okay Das war hier. Okay, ja. Ich bin Kruppmannführer. Du was? Ich bin Kruppmannführer. Aha. Mhm. Aber warum? Versteh ich nicht ganz. Weil da rausgegangen ist. Adler? Ja. Was ist das für ein Tanz, Alter? Wir haben nicht drauf geguckt. Nee, gar nichts. Guck mal drauf. Ja, hab ich grad. Zeig mal Shop. Oh, jetzt mach ich gleich nochmal richtig. Nee, Mann. Für 500 ist das immer zu teuer. Zu teuer. Alles klar. Der ist tot, anscheinend. Der hat gar kein Leben. Er kommt gleich. Guck. Aha. Der carry uns jetzt. Ja, Mann. Aber auf PC, ne? Der ist so gut. Spiel auf PC? Eigentlich? Ja, eigentlich spielt er auf PC. Mhm. Aber er ist grad weg. Spielen wir jetzt gerade auf PC-Plattform? Nee. Bist du hole? PSN? Kappa. Ja. Das ist ja gleich schuld, du kleine Affe. Wobei klein geht auch nicht mehr. Bis das schon fast so groß wie ist. Wie groß bist du nochmal? Ich bin 71. Als was? 1,70. Scheiße. Dann wirst du noch größer als du bist. Hä? Was auch? Nee, ich bin auch 1,70. Äh, wenn du in die Kiste kannst du mir die lassen. Für die Chest? Ja, die Chest. Bist du eine? Ja, ja, aber dann krieg ich vielleicht dann den Loot. Wo ist denn? Ja. Achso, hier. Oben ist keine Chest. 2. Hier. Den brauch ich. Hier. Hast du eine Waffe? Ja. Okay. Mann, du kleiner Abstauber, Alter. Ich hatte ihn zuerst gesehen. Nee, ich. Mann, ey. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Du bist nicht du, wenn du hungrig sprichst. It's a beast. Ey, welcher Mist schießt du? Mann! Boah, Adrian, Alter! Alter, ey. Lass mal rechts jetzt. Vorne habe ich einen 170er Headshot gegeben mit Punk und du staubst ihn ab. Ich hoffe, dich auch zu warm. Ich muss irgendwie rächen. Junge, das war mein Kind und du staubst ihn ab. Lass dich doch das. Ey, hab ich die ganze Zeit von Adrian abgestaut und stoppt er die bei mir ab. Das war meine, du Trottel. Sag wer, hä? Sagt wer? Ich habe ihm 23 Hits gegeben in weiß. Willst du mich grad flaxen? In weiß. Eigentlich wollte ich... Warte, komm mal her. Sag hier. Guck mal durch das Fenster. Komm mal her. Äh, lol, was ist das so? Komm mal her. Guck mal durch das Fenster. Das wollte ich Adrian eigentlich geben. Lol. Was? Lol. Hä, Adrian, bist du gestorben? Äh, Adrian? Mann. War los, ein Kick, ne? Nein! Der ist One-Shot. Der ist absolute One-Shot, dieses Arschloch. Nein, der axt mich. Kevin! Ah! Du bist auch tot. Adria hinter dir, ey! Adria hinter dir, ey! Adria hinter dir, stell mal um! Was ist mit dem? Was? Ey, Adria, was ist mit dem? Diese Leute verstehen! Ey, du hättest mich retten können, du Arsch! Du kleiner Ein-Dreißiger, Alter! Ich war genau hinter dir! Ich musste meine Schwester Dingsten, ähm, die Tür empfangen. Yes! Das geschieht ja sowas von recht! Haben wir wirklich gefilischt, Alter! Yes! Der wurde doch gefilischt, Alter! Oh, der fünfte Killset. 3 AP! 3 AP! Der war geholt. Der war geholt. Junge, ich musste meine Schwester die Tür aufmachen. Alter, der größte 31er-Much der Welt von Adrian, Alter! Ohne Scheiße! Das war noch nie erlebt, ey! Lässt dich einfach hin zu sterben! Ja, genau! Darum tanzte ich erstmal ein! Ja, hier ist mein Tanz, Alter! Junge, Junge, Junge! Ach, Kevin, du auch noch No-Skin, Alter! Jetzt hab ich auch gar keinen Bock mehr, Alter! Ey, das ist Party-Chat! So, jetzt haben wir No-Skin-Army, Alter! Ja, ich hoffe! Du bist eigentlich der Einzige, der den No-Skin würdig ist! Ja, Mann! Ja! Haha, meine Frau sieht besser aus, Adrian! Ah ja, ne, unsere sind die beiden nicht! Achso! Alle sind scheiße aus! Ja! Ja! Ich bin scheiße aus! Du Karottenkopf! Genau, lauf weg! Geh weg! Wie schließt dich hiermit aus? Oh, die rote Ritterin! Alles klar! Aha! Aha! Ich könnte eigentlich auch eine anhaben! Könntest! Hello, darkness and my friends! Könntest! Hallo, darkness and my friends! Hallo, darkness and my friends! Piu! Hey! Sah hier! Ja! Ich bekomme ja School Trooper und, äh... Von Sniper Shot? Wenn ich train kann, bekomme ich School Trooper von Sniper Shot Und bekomme, äh... Äh, von dem It's 2 E's, bekomme ich Armor. Okay! Dann kann ich School Trooper mit Flügeln und Omega Hacke spielen! Krasse Kombi! Hm... Kannst du dir mal ausleihen! Kann ich dich mal scammen! Nee! Nee! Weiß! Ich kenne dich nicht persönlich, weißt du! Weißt du! Aus geht's! Muss ich dich irgendwie anders scammen! Dann kann ich dich mal wirklich ausleihen! Wen? School Trooper? Mhm! Weil dich kenne ich ja persönlich! Mich kannst du ja anzeigen! Null! Äh... Sachbeschädigung Kappa! Hast du dir das Gegner gelandet? Ja, glaub schon! Bin mir nicht sicher! Egal! Ach nee! Stimmt! Hä? Reiturit könnte ich den Sahi auch mal ausleihen! Weißt du warum? Warum? Weil ich Sahi sein, äh... Ding hab! Account Daten! Lol! Ich kann das Geld werden! Warum werft die Schlingbomben auf mich? Ich... 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 Ich nicht! Ich nicht! Ich... Okay, an sie Gegner! Ja! Ach, Kevin! Ich hoffe, du gehst nicht drauf! Okay, Doppel Pistol Kappa! Nee, recht! Richtig! Ups! Schaffst du es, Kevin? Ja! Es war das Einzige! Ja, sind da noch welche? Bei mir nicht, ne? Ja, da sind noch welche! Bei 195! Bei Artron also! Ja! Ja! Da sind noch welche! Bei 195! Ja! 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 Ah, sind zwei! Ey, ey, der hielt's am mate! Der hielt's am mate! Der hielt's am mate! Der hielt's am mate! Kevin, schnell! Schieß auf den! Der ist mitten aufm Platz! Ich komm'n! Der ist mitten aufm Platz! Schieß einfach! Schieß! Nice! Nein, der hat mich schon geholt! Und mich auch! GG! Wir sind nur in Noskop's am... Wir sind nur in Noskop's am... Ich find' ich den! Finish! Finish! Jetzt find' ich! Yes! Finish! Der ist tot! 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 teil ja und was dann leben und dann bekommt er noch was war das stimmt die weihnachtsspitzhacke dass er das machte ist groß deswegen ja und christian wollten die ganze zeit überreden dass er es nicht macht weil ich nicht mit ihnen traden wollte christian wollte nämlich meine rote ritter haben aber da wusste noch niemand dass er reinkommt er ist ja noch nicht sicher ob die überhaupt reinkommt ja davon ist ja die rede es kommen soll ja das sagen youtube aber ich wecke noch gegen weiß ich meine ja klar aber was muss daran sein ich kann man nicht einfach die kommen ich einfach so ich kann ja auch einfach als youtube und sagen ja die usw kommen ist diesen auf einmal kommen die wirklich ich will aber nicht noch mal gucken gucken es mal an ist die leute die sie jetzt schon haben ja klar das war nicht mehr so selten und ich habe halt zwei leute die sie auch haben als zwei freunde ich glaube ich bin auch nicht begeistert davon ich habe eine coole pistole also main house oder favor welche leute drin das ist unten das unten gefällt mir das fenster ich vergrieche mich mal an die ecke ich brauche fahren da lag eine ich kann es um 19 30 gucken weil ich fußballspiel wer hat eigentlich gerade mit einer diegel geschossen hat jemand verwende hatte man auch ein munition eventuell ein bisschen ja wenn du hier hast ich habe extra lange verwendet und verwendet hast du noch einmal ich brauche ein schönes an alle maschinen hast du muni stimmt auch hier kleine meine ganze waren die waren die direkt tot oder waren die nur genockt ein bisschen wenige leute für anders hier dafür dass sie der quest ist und wir die geflogen sind ich weiß ich war hier ja man soll um 10 30 13 30 und um 19 30 an den himmel gucken wenn man gerade spielt 13 30 30 ist der moment steht das da ich würde sagen das sind das sind verschiedene uhrzeiten na ja ich weiß nee das sind verschiedene zeitzonen ja ich weiß ja deswegen kann 13 30 aber nicht gucken 13 30 ist für die hier bei uns 19 30 ach so ja es reicht von 13 30 ist für uns 13 30 weil die amerikaner sind und sechs stunden vor hinten um das ist schon mal schon der loodrop der loodrop Ich hoffe nur, es ist hier kein einer, der mich gleich killt oder so. Und der kein Auge drauf gemacht hat mittlerweile, so wie ich. Oh, das übelste Fight in Tronato Town. Ich komme! Die bauen da wie die krasseste Motherfucker auf der Welt. Ich dachte, du kannst Enning nicht. Geht mal an. Bitte, 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 bitte. Ich habe einen Jumpe-Putt. Was machen die da, Alter? Die bauen und bauen und bauen und hören nicht mehr auf. Okay, jetzt haben die aufgehört. Ich habe Bock, die runterzuschießen. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Man, ich will die runter schießen. Ach, schieß lieber gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich sehen sie nur mich, ne? Man, ich bin fünf Kilometer weg. Okay. Ach so'mille... Äh, sind bei euch auch noch welche? Nein. So. Ein bunte Schreck, wir ziehen. Herr, das so. Oh, ich hab noch 23 Eier. Fuck. Oh, Alter, ich. Hä, von wo? Okay. Brauchst du irgendwas, Kevin? Sniper Schuss? Ach so, ja, warte. Äh, hab ich immer noch nicht. Okay, ich hab 19. Okay. Einer ist da noch, ne? Richtig. Wo ist der? Ah. Oh, die Zone? Shit. Hm. Ich hab schon gewundert, wo die so hingelaufen ist. Alter, wie läuft die auch raus von der Zone? Okay. Minis hast du keine gehabt, ne? Nein. Ah, Tram lefted? Alles klar. Ja, hab ich auch schon gesehen. So, mir fehlen noch... ...zwei Cities. Dann hab ich auch die Quest fertig. Komm mit. Ich komme. LOL. Was? Er will ne Mini-Skybase machen. Ey, guck mal, guck mal bitte. Guck mal bitte in den Himmel. Da, wo ich gerade gegen gucke. Guck mal bitte. Guck mal bitte. Bitte, guck. Guck zu mir in den Himmel. Oh Gott, wie schlecht. Ja, das hab ich doch eben auch schon gesehen. Ich dachte so, okay, der hat aufgehört zu bauen, aber dann auf einmal... ...sehe ich jetzt doch. Null. Er hat noch 400 Rollstüche. Ne, 400 Rollstüche hab ich grad bekommen. Weil er liegt noch. Aber ich bin ja full. Kannst du mir ein Jump-Head geben? Weil du hast ja zwei. Kann ich. Bitte. Ups. Nein. So. Darf ich fahren, bitte? Ich hab Angst, dass du wegkackst. Lol, dein Ernst. Ich fahre nie vor Speed. Haha. Ja, das ist ja das. So. Na klar. Und wie ist die Landschaft? Oh ja, ist Gott schuldig, ne? Ah, stopp. Stopp. Äpfel. Ist da noch einer? Ah. Gleich schon voll. Äh, da, 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 da. LOLL! Äh! LOLL, der ist hängelgeblieben! Nein, das ist echt kein Nismar. Jetzt war ich doch zu schnell. Trottel. Trottel. Ramirez. Wer spielt denn heute alles so? Frankreich spielt nachher um 16 Uhr gegen... Weiß ich gar nicht. Wir spielen nicht. Argentinien? Argentinien? Oh, das wird ein hartes Duell. Kann ich leider aber auch nicht komplett sehen. Oh, das ist ein Gegner. Blah, siehst du einen lecken? Ja, ich sehe es. Siehst du einen lecken? Der leckt voll! Ja. Ich weiß. Komm, lass dich mal holen. Wo ist der? Hä? Ah. Ach, da. Ah. Ah, seine Mates. Hab ihn. Von links kommen auch noch welche. Nein. Überall Gegner. Es war wirklich überall, ne? Ja, die sind am Arsch. Ich hab noch einen. Haben wir jetzt alle? Ne, einer ist noch da. Oh, Alter. Eingriff und gebaut hab, ey. Der hat mich das richtig geholt. Lass ihn von pushen. Ja, ich muss ja pushen, der mit der APG. Ja, genau. Genau, die meines. ist. Einer ist wachschau. Der müsste ja bloß sein. Der stirbt. Ey, gib mir noch ein Hitze. Ich schiebe es immer schnell. Der weiß gleich, dass ich hier unten bin. Ich hab den einen gefinisht und geholt, ne? Hab einen. Nice Das war's, das war's, das war's Popten Hör doch auf mich zu schießen, ja, schlechter Ja, ich weiß ja, da hinten die ganze Zeit, ne Ich hab' nen Medikitt an den Posten Ja, ich weiß Hast du nen RPG? Ich hab' nen RPG, ja Ich hab' auch nicht zu viel Monizum, hab' ich wohl mir gerade welche Ich hab' vier Schüsse, halt mich für dich Der ist nicht gut, ne? Wie viele leben denn noch zehn? Der ist schlecht Hier liegt der Sniper, ne? Blau, wenn du die schon nicht hast Hab schon Äh, Raketen? Ah ja, wollte ich grad shoppen Äh, hast du genug Material? Ja, ne? Ja Okay Lass den pushen Wär's nicht gut Ah ne, fuck, ich muss mal ne Pump nachladen Oh Äh, hier Wir sind noch, äh, knapp Wird's ein pushen? Komm, mal ein bisschen aufpassen von hinten Ach, fuck, man Äh, es hat zwei, lol Doch, zwei Okay, ein einschneider für ein Mini Oh, äh, er gibt mir jetzt Oh Scheiße, wenn ich mit einem One-Shot fast Komm bei mir Er ist hier oben Er ist hier oben Er ist hier oben Oh mein Gott, ich komm runter, ich komm runter Ich komm runter, ich komm runter Wenn Du noch mal zwei Wenn du noch was dabei Wenn Du noch bewältst Wenn du noch nur noch Ja, hier Habe jetzt Wir müssen aufpassen, die hinteren Gegner Die haben immer noch einen Blick Weil, glaube ich Ja, das kannst du alles haben Äh, ja Ich glaube auch Leben aber nur noch 4 Also könnte ein ganz Komplettes godt sein Okay, ja, scheiße raketen es gibt immer noch ein bisschen ich weiß aber nicht wo die sind jetzt ich weiß wo die sind auf dem berg da haben diese noch ein grund lassen wir hier stehen bleiben wir sind sogar in der zone das sowas schon ganz gut das ist nie im leben und gott junger tipp ist zu schlecht menschen scott ist und schaffen wir uns sind die jörter so eine nähe von mir ich bin ich bin der zone ich brauche gar nix weil solange ich wissen wo ich bin ist ja ganz klar die jump hat kommen hier unten 33 kommen da unten oder doch ist drei leute ich gehe von rechts ok doch sind gute zwei hits auf den letzten da war es immer noch nicht wo ich bin die werden mich so sehr push man ja ich weiß aber wo ist der letzte das ist vier leute so drei habe ich jetzt gerade gesehen oh mein gott der ist noch da oben ist noch da oben scheiße sag ich doch sind keine vier die kleine peach alter ist einfach da oben und snipet wir müssen die zone ich war das war ein bisschen hier weil ihr wisst nicht wo ich bin 23er hit oh mein gott ich liebe dich weg mit dem dinge nein daneben nein nein ich hab mich selber gehittet fuck die zone nein alter das war so eine gute chance digger achso die zone die zone die zone die zone ich schaff das nicht mehr doch nein ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe wirklich ich glaube es nicht alter ach so ficker man aber es ist nur noch einer ich weiß egal du hast Mediapack ne hab ich nicht doch da liegt auch einer da lag einer von mir lagen welche da ich weiß was wurde es war ich hab keine ich hab keine market drauf nicht ich hab welche gehabt da liegen die doch da liegen die da liegen die Mediapack liegt da auch was wurde es ich hab gar keinen bock jetzt einfach so richtig unnötig zu zerrecken komm dir das holst du alter der ist bestimmt da oben da kann nur da oben sein ich hab ich glaube ich gesehen gerade der ist glaube ich links links unten komm jetzt da am besten die epiker rein genau dazwischen komm in den spalt rein in den spalt rein hoffentlich macht das scheiße okay im bauen ist er scheiße das ist schon mal gut du hast von hier aus echt guten high geworden von hier aus wie viele raketen hast du noch oh das ist gut sehr gut wie viele kills haben wir eigentlich ich hab 10 sie haben 20 kills wie viele kills hast du ich hab 8 das gleich krass sowohl gegen gewonnen gg und dein backpack knick ok er war echt scheiße im bauen empfieken war ja ganz gut äh, der Raketenstart ist 13.30 Uhr, richtig? Ne, der ist um 19.30 Uhr kann ich aber nochmal zeigen also, 10.30 Uhr ist PT, das ist jetzt, Spielchat warte 13.30 ET das ist das müsste USA sein und 1930 13.30 Central East Time das, ne, warte mal 2 hier ja guck mal, Spielchat so, ja danke kein Problem 20 Kills, Kappa, wieder eine gute Runde wir hätten weder Tuni locker gewonnen sogar du auch noch ich hab da 10 Kills sag doch alter, diese, die sind gut mit den No-Skins No-Skin-Arm mh das ist es, Alter Mann wo soll jetzt die Dings wiederkommen es ist 2E Z4 Max Alter, war hier ja wann war das das letzte Mal wo du englisch hattest was wann war das letzte Mal wo du englisch hattest wo ich was hatte englisch was englisch hattest englisch es ist 2E Z4 Max 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 ok wenn wir jetzt verlieren bleibt ja trotzdem das ist die letzte runde für vier wochen am pc ok also ja dann kannst du sagen ein bisschen englisch bei prämien wiederkommst ich kann schon ganz gut die geilste Falle finde ich die es gibt in Englisch Alter was heißt mehr auf Englisch Moa wo auch die Klappe nach oben schütteln nicht so mehr mit Doppel E das war's mir weiter so wer hat mir was gut zu bieten ich hab einen Mugi für dich zu bieten ein was? einen Mugi schädelt ne hast du wenig ich hab noch Revolver aus und ist halt kalt saia, warum? nimm mal in die Hand oh jawoll ne M4 geh doch pack die gerne aus lol ne AR bei uns gibt es im Gamestop mit 200 Euro gebrauchte PS4 mit Dings mit dem Spiel ja ist voll teuer ja ich hab schon geguckt auf Ebay es wird nein ich will auch nicht ich mach mich einfach das ist für äh kannst du noch ein paar Minuten zurückgeben ich glaub dir das hat alles gegeben oh nice hast du Moon auch noch ein bisschen? AAH! das zieht er durch hat er nicht geklappt achso er hat das zieht er durch hey gib mal Cedric ein bisschen ja hier ich hab die Hälfte gedroppt oh danke keine Ursache jung pack die Henne aus ich hab jetzt noch ein 55 Zollpferden zu verkaufen ich und was? ich 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 hab noch ein 55 Zollpferde ne der ist mehrwert ich hab ein 42 3 Euro 3,5 Euro kannst du mal 200 kannst du mal 200 drauf richten und dann passt das ich geb dir einen halben Cent wo ist der Missit? 2,0 hinten dran mh hm 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 gg da geht so 15 Euro kann wir auch machen na na 13 na na ja hat jemand ein bisschen äh Ding äh äh so Ding haben wir genug ja ssss haben gar nicht 40 Pumpt Gohn nö ich hab bisher nicht einmal Loot bekommen von irgendwas Alter Adrian ja ich schreibe mir noch Pilze hier liegen du bist nur 10 Stück und so vorbei oh ja ja Vagafara komm war noch ein bisschen lauter hier lang Bagger kann ich auch aber Bagger ist nicht klar Adrian jetzt gib mal bitte ja komm ey schon mit Jarl? geil geil that's too late so wie kam mit Jarl? it's too late oh fuck sind da welche? ne das war einfach nur das von vorne ausgesehen hm hm ah ja nein ich war noch ein ich hab doch abgeglüfte oder? hm boah alter Digga der meinte so ja er macht kein fortnite reagiert aber dann immer ich hab irgendwelche fortnite kipps und leute die scammed werden weißt du ne und jetzt macht er dann wieder dran und lege ich hier für 16.000 V-Bucks alles kaufen ah ja wahrscheinlich kauft er sich für 16.000 V-Bucks alles mhm wahrscheinlich wahrscheinlich ja er ist so ein so ein komischer microtubtuber der nur fakes macht es sind immer irgendwelche kiddies auf seinem server die alles kaputt machen und die holt er dann mts und die haben immer einen stimmfallzerrer drin und ja 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 und er hat ihn durchgeladen wo er das nicht rausgekackt hat und wo er gesagt hat dass er einfach ein bisschen ragen soll und ja irgendspann halt der standard content auf youtube der standard content auf youtube ne ist doch so wie alt bist du eigentlich? 15 ah weil deine stimme klingt dem schon ein bisschen männlicher ey schießt denn da warte warte ich gebe ihm den oskop oh lol aus einem Meter lol DG ein Meter Sniper der hat double Zwillings Pissi gespielt immer noch null Kills DG DG der hat sie mir gerade DG 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 Das Gute ist, die müssen in die Zone und wir nicht. Ja, das ist ja das. Die müssen nicht in die Zone. Die sind schon in der Zone, oder? Sicher? Ja, wahrscheinlich hab ich ganz viel ins Hals geschossen. Warum ich hier mehr? Weil du am Pushen bist, ist doch kein Wunder. Wahrscheinlich war das kein Hit, Alter. Mann! Jungsai, der war ja wohl schlecht bei dir unten. Ja, der war auch immer eher low. Wow! Ich immer, ne? Der, der finde ich mich das gleich, der will mich pushen. Ich bin da, sorry. Ha! Du! Boah, Jungs! Der Standard-Tanz. Let's go, warte. Hier liegt noch ein Limmy. Rauche! Hä? Mit deiner Falle erledigt, Jungs! Hä? Hä, lol. Wo hast du eine Falle platziert, Mann? Solty. Nein, wir können eigentlich direkt zurückgehen. Jetzt erst, Alter! Krass. Wir können direkt zurück zu Solty gehen. Lo, stimmt. Der ist direkt da. Oh, das ist ein Airdrop. Er ist noch markieren. Hat hier mal Raketen? Das Schild gehört mir. Hier. Oh, du bist ein Arsch. Rockets. Nein, komm her! Ähm. Nö, hab keine. Ey, Cedric. Was? Cedric. Keiner hat Raketen. Nee, kannst du haben. Alles gut. Naja, hier. Und du meinst? Hä? Ich hab mehr Schild als du. Ey, wieso kann ich dich nicht aufheben? Ich hab dir die Jacketrapp. Es ist so behindert. Ich kann dich nicht aufheben. Ja, weil du voll bist. 18? Ja, du bist voll. Ich nehm die erste Mal mit, da kann ich dir nicht später noch geben. Boah, ich hoffe es. Man kann nur noch 12 Mal haben, wenn man nicht so spammen kann. Hä, ey, da liegt noch ein wenig Kevin. Ja, kann ich mit an. Ja. Gucken. Und Cedric? Ja. Du bist hier hundertprozentig sicher, dass wir den Trade machen. Welchen? Amor gegen schwarzen Ritter. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Gegner auf 240. Und du weißt ja auch welchen Trade wir machen, ne? Ja. Vielleicht ist es durchsperren Paket. Gegen Partner. Oh mein Gott, Alter. Ein Schuss, ein Treffer. Und du hast es noch nicht mal gemerkt. Oh, ja, wow. Das stand der Helden ja auch. Oh, noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner von 300. Sohne, ne? Oh, ja. Oh, lol, ja. Okay, lass erst mit dieser Seite. Ich hab einen gelockt. Mach' noch. Mach' noch einen geh-hitted. Müllbreiter, ich hab's gesehen, wie den geh-hitted hast. Oh, hab ihn. 146 Meter. Oh, ich bin ein paar Sniper. Jupp. Also, ich geh zu, Nuno. Ja, ich auch. Ich geh zu dem, den ich gekillt hab. Ja, hab ihn fliegen lassen. Großwürdig. Ich hab auch noch einen Jump-Head für den Notfall. Ich hab auch eins. Ha, bruh, da hat er nur Holz. 10 Stück. Bruder, ist Air-Drop, den hol' ich mir. Hi. Oh lol, die Zone, man. Wir sind salty gelandet, guckt euch die Zone an. Ey, wir hätten von allen von allen da bleiben können. Ja. Oh mein Gott. Ähm, Gegner auf. Ach. Sei letztlich aus. Los, los. Was? Soll ich verarschen? Aha. Irgendwo sind noch Gegner bei 75 oder so, von da konnten wir schaffen. Hab noch mal gebetet. Es ist so traurig, wenn man aus dem Airdropp nicht erst auf Eagle wurde in der Mini. Alter. Wow. Wo sind die überhaupt? Nein. Oh shit. Alter, gib mir ein Headshot des Jahrhunderts. Let's go, Digi. Ich lande auf den und das erste, was ich mir mache, direkt den Headshot und drücke, Alter. Scheiße. Ich bin froh, dass sie nicht gefinisht haben, Alter. Boah, ist wirklich so. Hätte eigentlich sogar machen können. Ja, das ist eigentlich der Standard-Move heutzutage, Mann. Ja. Ich hasse das. Eigentlich finde ich immer nur, ich finde schon immer nur Leute, wenn ich was brauche. So, ich brauchte jetzt noch Medipack, dann wäre ich ganz glücklich. Hab ich. Ich hab Antasen. Okay, er hat ein Meckgete. Hat ja vielleicht, ähm, Dings, wie heißt's? Irgendwie... Minis. Wer hat Minis? Irgendwie vielleicht jemanden-Shot-Gambun. Ja, hab ich. Was, Minis? Ja, was. Ich hab nur 12 Schuss. Hat der mal noch AR-AR-Munition? Oh, geil, danke. Ich hab 400. AR? AR hab ich 600. Gebt mal bitte was. Ich hab auch noch 400. Brauchst du auch, Cedric? Ja, ich hab nur 30. Oh, perfect. Kleine? Nice, Mann. Ja, hier 400. Kleine. Ich hab auch noch. 36. Hier, hier, hier. 36 kleine. Ich hab auch noch. Genug, danke. Das ist... 360. GG. Hey, wir sind immer das gute Team. Ja, Mann. Schon, ne? Oh, real. Unser neuer Fürth is made. Ja, normal. Wobei, wir sind gerade auf PC, ne? Ja. Ich bin nicht bei nem PC. GG. Ich meine, wir sind gerade im PC. Ach so. Echt? Ja, 17 games. Ich hab so ne Mischung aus Controller und PC. Ja, ja. Ja, klar. Aber mir liegen Minis. Aber ich glaub, Priorität ist hier, glaub ich, das ist ein Gegner auf 150. Aber mir liegen Minis, Leute, ne? Bei dir? Wo? Ich komm. Bei mir. Ich komm. Ich komm. Lass sie pushen, oder? Wollen wir pushen? Auf. Ja, kids. Allein. Hör dir die Minis. Okay. Oh, nein! Genau dahin wollte ich eigentlich nicht schießen, aber genau dem hast du dahin gebaut. Ich hab nen Hit. Ja, ich hab die Idee. Noll, von der Seite noch. Oh, das ist, äh, U. Ich bleib das halt um. Ich hab schon ne Seite im Busch, im Busch. Im Busch. Im Busch. Im Busch. Ah, sieh 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 sieh, warte, warte, ich lade Sniper nach. In welchem Busch? In welchem Busch? Da, lol. Ich hab mich nicht. In welchem Busch. In der Seite fight! Nein! In der Seite. Der bin in der Seite. Der bin ich nicht. Der bin ich nicht. Du Pisser, Alter. Komm her! Iti, komm zu uns. Wir weiben! Mal Dinge. Wir sind auch Gegner, halt. Waren doch mal ein bisschen zu viele. Ich dürfe uns nicht trennen, Alter. Scheiße. so dumm er gibt es ihm zwei Leute sind mir genockt er kommt zu mir, er finisht wow wie armselig man, komm du kannst ihn runterschießen schießt er runter, schießt er runter bitte finisht ihn sobald du kannst man schade ich hab noch einen Kills zwei Kills ich hab 15 17 18 Kills mach die Schule bereit aber Leute bei mir gibt's Essen oh ok ja also wenn ihr die Lobby dann offen lässt weil ich jetzt mal mach ähm dann komm ich auch dann wieder rein ja ich muss auf ach so stimmt bin ich ich add euch mal ich hab euch schon geändert ja ok ciao ciao oh sind beide weg jetzt oder das hallo wo ja ich die 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 Hey Leonid Gaming, was geht? Ihr seid echt krass, naja danke, haben leider die Runde ein bisschen verkackt. Hallo? Hallo du Fratz. Warum seid ihr raus? Du bist, musst du wohl irgendwie auf, keine Ahnung. Beide? Beide, ja. Ok. Ähm, die Schatzkarte ne, die Schatzkarte aus wo auch immer, wo ist die? Keinen Plan, ich hab das selber nicht. Ich guck mal schnell, Folge der Schatzkarte aus Haunted Hills. Dann lass mal zusammenhängen gehen, ich muss nämlich noch machen. Dann bin ich nämlich Level 100 Battle Pass. Ich muss auch noch machen, Suche zwischen Krater und sowas. Äh, da. Ja, du Spast, ich zeig mir nur einfach wo das ist. Ah, das ist bei Junk Junction. Das ist bei Junk Junction, genau, bei Junction auf dem N. Oben. Irgendwo. Ich guck mal genau wo das war. Ah, ich weiß wo. Das müsste ungefähr, ich versuch mal zu markieren, ungefähr da sein. Irgendwo da bei nem N. Auf jeden Fall oben, auf nem Auto. So. Drauf. Okay. Hast du schon Woche 8, das ist jetzt zwischen Krater und sowas? Äh, glaub schon. Möchte aber gleich mal gucken. Ja, das glaub ich auch. Ich glaub bei Woche 8 bringt mir, glaub ich, nur noch die Truhen, glaub ich, man sollte die zwei oder eine sogar noch, ich weiß es grad noch. Müsste ich mal schauen. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich weiß, ich weiß wo die liegt. Also. Mh, wir müssen für dich noch Omega spielen. Ja, richtig, das ist was finden wir jetzt. Das finden wir jetzt. Das finden wir jetzt. Aber das bekomm ich ja jetzt gleich danach. Sobald ich den Stern hab. Ja. Echt? Mh, das fehlt man ja nicht. Das ist in den 7, Mann. Der ist genau hier. Hier rechts, 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 rechts. Genau bei dem. Genau hier. Warte. Loil. Da kommt der nicht hoch. Wollen wir leaven? Also selbstmog? Keine Ahnung. Ah, willst du nicht zocken von hier aus? Oder musst du aufgehen oder wieso willst du lieben? Das war ich. Nee, das ist so. Was? Ach nee, komm, die Zone. Ja, nee, komm, lass killen, Alter. Die Zone ist nicht so weit. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ich kill mich jetzt. Ich werfe jetzt zwei Granaten und die nächste killt mich nämlich. Komm her. Ich bin Fußball. Nee, ich kill mich jetzt. So, ich bin tot. Yes. GG. Ich bin Ehrenmann war das. Wenn keiner den Schild bekommt. Ha, trinkst du denn, ne? Du 31er, Alter. Time to say goodbye. Spring. Mit Ehre. Mit Ehre. Mach dir ein Loch und fall da runter. Auf deine Stelle. So wie es bei dir gemacht hat. Bei der SkyPace. Lol. Mann, Alter. Ich hätte so eine gute Runde. Boah. So. Hast du Omega? Ja. Ja. Neuer Gegenstand. Freigeschaltet. Neuer Gegenstand. Drei, vier. Ich hab vier, vier Gegenständen, okay? Okay. Okay. Was bist du für ein Level? Äh, ich bin Level 69. Das ist leider sehr, 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 sehr scheiße. Für Stufe 6 Rüstungsstufe, ne? Wie weit muss ich da leveln? Ach, ähm, 80 Fuck, das schaffe ich glaube ich gar nicht mehr Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr Problem ist, das letzte ist das Geilste Ja, ich weiß, das sieht doch mega geil aus, aber das schaffe ich glaube ich von der Zeit einfach nicht mehr Ich könnte Level 8 schaffen, dafür müsst ihr aber halt die ganze Zeit spielen und halt, ähm, ja, auch sehr weit kommen Ich bin jetzt 51 Punkte XP vor Level 89 Alter, ihr seid doch so zufties, Alter Findest du mein Omega Baby? Fuck, das geht gar nicht Guck Sassi Keine Ahnung So Fußball Machst du das schonmal? Klar Jetzt haben wir da so eine Quest Beziehungsweise Ach, kann man nicht jetzt noch extra noch einen Stern bekommen, jetzt wo man alle Stufen hat bei Level 8 Äh, Level 9 Ah ne, hab ich gar nicht, scheiße Ja, was bringt uns jetzt? Hab ich gar nicht, scheiße Was bringt uns jetzt? Ich bin wieder oben, sein Großvater Ich bin unten, sein Ohr-Ankel Was ist denn da für? GTM Ach, fuck Ich glaub ich geh da nochmal kurz auf Das ist kurz 3 Stunden Klappern Nein, 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 du haust mir nicht ab, Alter Ja Du haust mir nicht ab Na, schnapp ich den Tod Nein, jetzt findest du mich auch Jetzt findest du mich auch Weil ich sein Mate gefinished hab Weißt du was? Wo ist er? Der ist genau hinterm Tor Ganz hinten Ah, der ist aber drinnen im Tor, also hinter dem Tor halt Ja, genau an diesem Eingang da hinten Oh, der ist ja nicht Einmal drin Also einmal Diese Ne Das war's dann mal komplett dieser baby der wache alter was ein skin ja ich finde die kommung so geil was da gibt es soll ich jetzt plötzlich direkt pushen oder war das passiert ich soll es direkt gleich in kursen macht es herr wo ist kevin hin ich weiß man schon mal irgendwie ich habe nicht zugehört Ich bin nicht komplett, weil ich war selber gerade nicht da Ich hab kurz bekommen, ok ich bin off Ich will einen nicht mehr vorgetrunen, aber ich hab halt nur zwei Was? Einen will ich mal Kranaten bekommen, aber ich hab nur zwei Oh ne, die sind gut Warum können wir die, Alter? Yes, er spielt Doppelpumpe, Digga, er holt es Oder du holst ihn Boah Er ist das beste Spieler der Welt Krass Krass Ich hab ihn einen Hip gegeben, wow Wow, du bist auch der beste Spieler der Welt Ja, Level 89 So, was fehlen denn mir eigentlich für Aufgaben Herausforder Omega gibt es für diesen 100 skin keine Quests mehr nur diese bis Level 18 nicht ich finde es aber gut, dass die mal machen desto mehr Level dann ist, desto besser bei der skin, weil sonst der Form aus oder so hat kein Level gar nichts gebracht Der sieht so scheiße aus Bist du nicht? Nee, mit dem Tanz Was? Popsternchen Hast du auch schon mal Beeloo gegessen? Was? Hast du auch schon mal Beeloo gegessen? Was? Beeloo? Beeloo Ich hab grad nicht verstehe, was du gesagt hast Von Beeloo, was von Beel? Deine Stimme ist mega leise, ich verstehe dich nämlich kaum ausgesehen Also von Beeloo ist gut Deine Sprache, also deine Nacht Die ist mega leise, ich verstehe dich kaum Leu, du musst natürlich auch genau hier landen Echt? Von Beeloo ist beautiful, sie ist wie Luda Sie ist schaum, du schaum Da ist jemand drin, ne? Was ist in der Waffe? Achtung C4 Der hat C4 geplaced, ich sehe es schon Ich hab die D Ey, Stau wie ab Oh, noch einer, noch einer Ich hab die D Ey hier Gut so Ich wollte nachladen, oder? Hier außen Hier außen Ich muss auf Weil ich hab jetzt ein Fußballspiel, also ich muss da jetzt gleich hinfahren Und Und Ja, als ob du dann Ja Erzähl mir mehr Nee Achso, wir machen doch noch Und wir bestellen Plizza Wir gehen Kreisklasse Und ähm Machen eine Gruppenliga Es kann sein, dass ich in der Kreisklasse bin, also ich bin da nicht dagegen Also ich bin wahrscheinlich in der Kreisklasse Natürlich, die Eltern kommen in die Gruppenliga Ja, warum? Gruppenliga ist schlechte Achso, hm, schade Weil Eigentlich was In hessen ist ja irgendwie auch anders wäre so Hab ich mal gehört Und zwar auch aber bei uns so Äh, hier ist eine Farm aus Ja, okay, ciao Alles klar Viel Erfolg, ne? Bro Krieg ich den, oder? Willst du? Ah, ich würde auch nehmen Das kannst du viel dazu Toll, bringt ja nix Hast du noch Kleine? Oh Ey, lass mal die Challenge machen Wir dürfen nur sneaken Komm dann Nur was? Wir sneaken Was machst du damit? Hast du Pumpkin Muni? Hey Hey, hör auf Sneak In dein Ernst? Wird der Sneaky-Modus spielen? Hey, hör auf Nein, Mann, ich muss Level 80 werden, also ich muss nicht bei allen Ich muss Kills abstauben, ich muss Kills machen, ich muss weit kommen Du hast doch 2 kills, reicht aber 3 Ah ne, du hast 3 kills Wir waren Gegner Oh, ich bin mal ein bisschen weiter weg jetzt, um den Weg zu kommen Um dich zu helfen Um dich zu helfen Um mich zu helfen Um mich zu helfen Na, geht nicht Was sag Ich hab gesagt, ich komm Ich hab gesagt, ich komm Okay, there's one shot Ich fahr mal ein bisschen schießen, ne? Ja, ja Aber Das war ja mal grad zulächerlich, ich rate mal, was für ein Damage ich gemacht hab Wann? Mit der Pumpgun Weiß nicht Einmal ein 7er und einmal ein 15er Du hast keine Raketen, ne? Was? Ja, ich hab das nicht Nein, ich hab das nicht Ich hab das nicht Rockets Und noch Rockets und noch Rockets Und noch Rockets und noch Rockets Wohnst du alleine in der Haus? Äh, ne Achso, in meiner eigenen Wohnung? Ja Aber da bin ich ja nur in der Woche Ähm, Außerhalb da? Ne, da lebe ich nicht alleine Wo ich auch gerade bin Hast du 2 Placys? Ne, ich hab eine Hä, wie? Ja, deswegen bin ich ja Wochenende Wenn ich ja in der Woche fasse Und Du Blitz-Märker Ich war nur So ab und zu mal nach Hause in der Woche Deswegen bin ich einfach Sonst bin ich eigentlich In der Regel in der Woche Fast nie um Ah, 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 ah Ah, ist hier hin Der ist hinterm Baum Bei 345 Ich stehe es Oh Wer soll er nur? Ich hab genug Zeit Ich glaube es war ein Hit Oh mein Gott, ich kann es jetzt einfach Oh, von hinten, von hinten Äh, lass mich erstmal den holen bitte Ja, von hinten Der finde ich im Stall sogar noch Den hab ich Pass auf, der kommt Der hat gerade gebaut Wo? Ja, von der Seite werd ich auch noch angeschossen Wie komm zu dir? Ne, der ist da oben Pass auf, der ist noch da oben Der ist da Ach da Ja, ja Oh, ich bin noch echt tot Scheiße Oh, der pushkant kommt Der baut komplett nach oben Ja, ich bin schon über ihn Ah, der wird runtergeschossen Der wird runtergeschossen Der ist unten Der ist unten Der ist unten Der ist unten Hilf mir, hilf mir Ich sterbe Der wird gerade auch gepusht Okay, ich kann mich nicht so Schnell, 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 schnell Schnell, schnell, schnell Oh mein Gott War ja wohl gerade gepusht Ja, ja, den hab ich auch noch mancher geschossen Der hat gepusht Also, der hat er gepusht Hast du irgendwas? Medi oder sowas? Ich warte auf dich Ja, mach ich, mach ich Du kannst ja hinten rausgehen Kannst ja hier rausgehen Hinter uns ist ja keiner Ja Da dürfte ja keiner sein Okay, lass uns hier in diesen Kontrat bestimmt Also, so ein bisschen Hast du noch Eier-Munition eventuell? Nee, kann das außen rum kommen? Naja Ich geb der Hälfte schnell Ja Ah, das reicht Ich geh hier Ah, da hinten ist die Ich hab nen Headshot Und nen normalen Head Ja Der Arne ist rausgelaufen Wir fangen die jetzt einfach ab Okay Die haben nicht mehr viel gefüllt Einen hab ich Ja, Raketen Ich brauch die Raketen, Alter Auf sie Nice Ach, die Zone Oh, ich brauch Mets Habe ich leider keine Was brauchst du? Jo Nee, Material Achso, da hab ich selber fast gar nichts Ich hab 200 Hab's ja gesehen, was ich grad gebaut hab Hat er nichts gehabt, oder was der andere? 100 hat er Guck mal, weißt du, was ich jetzt kann? Guck dir das an Also so, 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 so So hab ich vorhin gepusht Das ist extremst geil Das ist so schlecht Ah, du spielst ja mit, äh, Bauarbeiter-Modus, ne? Ja, Bauarbeiter Bauarbeiter, keine Ahnung, wieder Modus Aber du weißt, was ich meine Bist damit also echt gut drin, oder was? Mittlerweile Naja, das ist eigentlich ganz gut Man, guck dir das an, da ist ganz schlecht ein Kann der Steine mehr schlecht aussehen Oh, jetzt will ich was ausprobieren Jetzt will ich was ausprobieren Jetzt will ich was ausprobieren Guck dir das andere steck gebaut, aber Ich guck dir das andere steck gebaut hab Schieß runter Schieß runter Nein, da ist runter Nein, da ist runter Ne, da ist runter Dann muss aber auf jeden Fall Zu uns Weil er nicht in der Zone ist Ja Apropos, dass PS4-Spieler nicht hier bauen Oh Da liegt diese neue Pumpe Wenn du die willst Welche? Ja hier die neue Pistol Die liegt da unten, die ist da hinten im Haus drin Will ich nicht Genau da Genau da Ich will die nicht Will die nicht Ah hier Gegner Auf dem Berg Lass sie versuchen zu holen Ja Lass sie versuchen zu holen Scheiß Die eine müssen wir uns entscheiden Ich würde die hier vorne nehmen Die passen doch immer noch hinter dir ne Oh Ah no, die schießen mich ab Die 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 Nein, du scheiß Wehle Alter Sind beide unten Die 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 Ich hab'n Jumphead Was Was Man merkt aber aus der Matchphase, dass man sich immer hinkriegt direkt, deswegen Wir hängen gleich mit dem Bei unten Kann nicht Leul Wo Wo Ist sie denn hingeschossen, alter Oh Naja Meyer Ah, noch mal. Die hohe Runde hole ich jetzt noch. Wenn du jetzt sogar noch hier irgendwo baust, oder weiter noch weiter geradeaus gehst, bist du sogar noch in der Zone in der nächsten wahrscheinlich. Ja, hier. Obwohl ich so Baseballen heiße, aber es muss, muss. Willst du diese Baba Base nicht? Nee, kannst du nicht wegschießen. Die ist überall dran. Der Pusht genau wie du. Der Pusht genau wie du. Vier Missits. Der Spiel, der war auf Kampftrug. Ah, beide Pusht noch von verschiedenen Seiten, Alter. Ich habe eher Angst vor dem Rechten. Oh, heute nicht, ich werde von hinten hoch. Oh, ich wusste es nicht. War klar, wegen deiner Wand. Oh, das ist hier. Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn ich... Kapper. Das klappt. Ja, die werden ja schon sehen, dass da was ist. Digga, das klappt eh nicht, Alter. Ich meine, schlecht wollen die eines. Bitte find ich in der nächsten Zone. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, drück mir die Daumen. Mach's gut, Alter. Aberigger beschäftigt. Untertitelung. BR 2018 Loll Von hinten Ey, es waren nur noch Ne, es waren zwar Schade Ey, von hinten Also ich geh erst mal auf Alles klar Schade Schade Oh weh, totto Schade 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Wer bist du? Ich weiß nämlich, Alex da gerade nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.